Was ist denn da drin? Guck mal, noch mal was schmecken. Guck mal, das ist ein Melchgrün. Das ist ein Krebs. Und guck mal, das ist eine weiße Muschel. Warte, weiße Muschel? Ja, weiße Muschel. Hier sind auch grüne Krebs drin. Wow, hier ist eine grüne Muschel. Und auch ein Krebs. Ah, das ist das. Oh, guck mal, das ist ein grüne Krebs. Guck mal da. Das ist ein Krebs. Wie heißt der Krebs? Ach, das ist Brandkrebs. Brandkrebs. Ne, Brandkrabber. Brandkrabber. Das ist so schön. Oh. Oh. Guck mal. Weißt du was? Sich hier Wirklichkeit anfassen. Weißt du was man machen? Was man Käse machen könnten? Marina, weißt du was die Krebs machen könnten? Die könnten hier hochkrabbeln, hier rauskrabbeln und könnten dann drücken. Und man könnte auch da reinfassen, sich hier anfassen und erhöhen die nicht auszuwecken. Was? Nicht anfassen. Nein, 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 nicht anfassen. Ganz voll anfassen. Dann zicken die Käse dich. Hm, dann zicken die dich, genau. Tut das eigentlich weh? Hier, guck mal. Das ist ein Gemeinderküter. Das ist ein Gemeinderküter. Das hält sich mit Gemeinder an. Doch, wo haben wir die Spielschweter? Da ist es ein Gemeinderküter. Da ist es ein Gemeinderküter. Da ist es ein Gemeinderküter. Das ist ein Gemeinderküter. Da ist ein Gemeinderküter. Da ist es ein Gemeinderküter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.